so leute da sind wir beim nächsten decktag und ich bringe euch heute reanimator ich muss von vornherein sagen ich bin nicht der beste reanimator spieler ich kenne die theorie fast alles das deck ist ja schon urich alt ich bin zu doof dieses deck zu spielen dementsprechend gucken wir uns mal an was wir haben fangen wir mit den ländern an wir spielen zwei süpfe schön misstmatched dann haben wir zwei badlands mit den badlands haben wir ein rot schwarzes land wir haben vier rote spells drin sideboard ein bisschen rot können wir damit machen wir spielen ein scrubland wir haben sideboard ein bisschen weiß drin eigentlich im mainboard ist es sogar schlecht das zu haben aber was soll's und wir haben noch ein blaues und zwar das underground sie damit haben wir alle länder die mana produzieren durch das sind nicht so viele damit wir die finden können haben wir zwei worden keller kommt grün schwarzes färtschland rot schwarzes färtschland schwarz weiß schwarz blaues färtschland schwarz weißes färtschland das hat die bewandtnis wir haben halt acht färtschland auf sechs länder wir brauchen halt nur ein oder zwei mana das sollte dann auch reichen und ja da gehen wir dann hin dann gucken uns die kreaturen an die wir spielen wir spielen eine menge lustiger kreaturen angefangen mit der die himself dreimal krisselbrand acht mana sieben sieben fliegen lifelink wir können sieben leben bezahlen um sieben karten zu ziehen großartige karte sage ich euch ist tatsächlich vom talia artwork drauf also ein talia ding drauf deswegen sehr wichtig und ist so die main karte wenn wir die ersten raus kriegen ist es meistens schon ziemlich gut für uns dazu kamen noch non legendary zwei karakassen ding am dreimal archon of cruelty acht mana 6 6 fliegend wenn er ein spielwerk kommt oder angreift muss der gegner eine kreatur oder planeswalker opfern eine karte abwerfen und drei leben verlieren wir ziehen der karte und bekommen drei leben wahnsinnig wahnsinnig starke karte kriegt der gegner kaum los ist wirklich bombe wirklich bombe dann haben wir als one of eine atraxa grand unifier neue karte sechs männer sieben 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 mana 77 frixien angel fliegend was am kalt dev touch lifelink wenn sie spiel bekommen den video was in zehn karten unseres decks und dürfen für jeden kartentyp artefakt battle theoretisch auch treibel creature enthalten instant land planeswalker sorcery und so weiter und so fort dürfen wir tatsächlich eine karte auf die hand nehmen von jedem ein die obersten zehn karten angucken ist ganz cool wenn wir weniger leben haben so wenn wir dabei zehn leben sind reanimate auf grisselbrand spielen bringt nicht so viel weil wir können damit keine karten ziehen bei ihr können wir dann wenigstens noch karten ziehen dann noch eine seras emissary sieben mana 77 fliegen wenn das spiel bekommt sagen wir kartentyp an zum beispiel artefakt gegen wunderschönes eight cars und wir haben schutz vor also wir und die kreaturen die wir haben am schutz vor dem kartentyp kreaturen instant sorcery land was auch immer ja auch so auch hier non legendary mega mächtig mm das ganze runden wir ab mit meiner meinung nach die karte die das ganze ding schwer am leben hält also wir haben hier mh2 mh2 und mehr mh2 und zwar grief vier mana elementar inkarnation mit menace 3 2 und wenn das spielwerk kommt dann zeigt er dann seine hand vor ne ein spieler ein gegner und wir wirfen eine karte davon ab wir können das ding immer auch evokten das heißt wir können eine schwarze karte aus der hand exilen und das ding ohne mannekosten zu bezahlen spielen das ist super mächtig weil wir damit noch weniger auf unserem mana angewiesen sind um einfach noch ein discard spell und der ruption wie force of build oder ähnliches vom gegner auszuschalten denn dieses deck hat diese karte schon sehr sehr lange gespielt in anderer form und zwar in form von an mask hier in der seglaire version weil sie einfach so viel günstiger ist wie die normale version es tut mir leid vier manner sorcery da zeigt seine hand vorwürft der karte abwerfen hierbei sogar ein spieler unserer wahl also auch wir selber und wir können schwarze karte aus der hand exilen statt die kannst du bezahlen also genau bei grief auch hier gratis discard spell weil die handkarten tun uns nicht so weh aber wir brauchen mehr discard deswegen haben wir noch zwei thotsies ein schwarzes mana der spieler zeigt die hand vor wir werfen eine karte ab wir verlieren zwei leben ist tatsächlich sehr mächtig wir müssen halt sowas wie swords to plowshares surgical extraction endurance force of will müssen wir einfach abwerfen können und das können wir damit ich habe es mal als nächstes spell gemacht weil es auch eine art von abwurf spell ist faithless looting ein rotes mana man zieht zwei karten wirft zwei karten damit flashback ist tatsächlich dir gedacht zugedacht eben diese kreaturen diese dicken kreaturen in friedhof zu bekommen denn wir wollen sie auch irgendwie reanimieren das ist der name des decks dabei hilft uns auch die karte endhub endhub ein schwarzes mana bitte so direkt an der karte und legen sie in friedhof dann mischen wir irgendeine karte kann auch sein wir können faithless looting reinlegen mach ich zwar eigentlich nie aber ist möglich endroom faces looting versucht halt dafür dass wir diese diese dicken flieger in friedhof bekommen damit wir sie reanimieren können also wir können sie auch selber mit unmask abwerfen oder thotsies aber das ist nicht so geil wir spielen vier reanimates für ein schwarzes mana legen wir eine kreatur aus dem friedhof zurück ins spiel wir verleben lebenspunkte in höher der mana value das ist ziemlich basic wir können auch beim gegner wildern gehen vier anime das ist zwei mana entscheiden wir eine kreatur in irgendeinem friedhof auch beim gegner und wenn sie ins spielfeld kommt kriegt sie minus 1 minus 0 und wenn das ding das spielfeld verlässt verlässt die kreatur das spielfeld sollte die kreatur das spielfeld verlassen wird das ding zerstört also ja ganz 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 plain basic dazu noch exium zwei mana jeder spieler legt eine kreatur aus seinem friedhof ins spiel unsere dürften im meisten fall mächtiger sein und lustigerweise können wir dann halt wenn keine kreaturen fällt ist mit dem archon of cruelty zum beispiel dafür sorgen dass die gegner einfach direkt nichts mehr hat was einfach mächtig ist me em mega mächtig das immer wieder reanimate ist ein sehr sehr straight up forward combo deck was super schön lines hat aber game eins sehr stumpf ist das wird erst game zwei interessant da haben wir noch dark ritual für ein schwarzes mana kriegen wir drei schwarze mana einfach nur mana zu generieren ja ist halt mana damit wir mit den wenigen ländern arbeiten können genauso wie das lotus petal null mana tappen opfern kriegen mana bliebiger farbe meistens schwarz oder rot im mainboard das ist schon das komplette board also wir haben super viele karten vor auf vor auf vor auf vor auf drin und das auch weil wir halt an vieles einfach dran kommen müssen also gerade bei den spells ist super viel vor auf drin bei den kreaturen habt ihr gesehen manches one of manches three auf und ja das war schon das mainboard jetzt kommen wir zu dem interessanten weil das hier ist bisher vollkommen basis gewesen das passiert bei allen gleich gefühlt sind bei allen die die decklisten super nah und super ähnlich und fast alle gleich aber beim sideboard da unterscheiden sich die geister denn beim sideboard kommt es ein bisschen darauf an wo gegen man spielt spielt man gegen eine menge reanimator dann nimmt man zum beispiel lieber so was wie doughty world walker rein weil diese ganze discard ist sehr sehr mächtig spielt man eher gegen decks die ein bisschen blaulastiger sind und ähnliches nimmt man andere karten rein wie zum beispiel surgical extraction für ein schwarzes oder zwei leben können wir eine karte aus dem friedhof exilen und die hand des deck des friedhofs des gegners oder des spielers durchsuchen nach einer karte die genau denselben namen hat und sie exilen auch die spielt man nicht mehr gegen reanimator wirklich also man hat sie natürlich im sideboard aber wenn man viel auf reanimator trifft nimmt man lieber den dolti world walker weil man dann erste runde den dolti raushaut und er geht dann einfach sehr oft verloren hat weil den kriegt man nicht so leicht weg genau dasselbe mit fairy macabre ähnliches prinzip auch hier früher total geil heute durch die zehn discard spells die sie mainboard einfach spielen überhaupt nicht mehr gut drei mann hat zwei zwei fliegen wir diskaden die remove zwei karten zum friedhof eher für andere matchups als reanimator sind aber im reanimator matchup theoretisch einsetzbar deswegen habe ich sie immer noch drin und deswegen spiele ich sie auch über dolti world walker denn mein sideboard containt vier show and tell drei mann aus sonst wie jeder spieler kann alle fakt eine kreaturen enchantment aus der hand ins spiel bringen dafür nehme ich meistens die exhumes raus und bringe dann eben meine kreaturen über den non grave chart weg ins spiel dafür eben das blaue mainboard show and tell fand ich sehr mächtig und sehr beeindruckend bisher würde ich tatsächlich auch weiterhin spielen dann ein flex slot einfach nur weil ich sie liebe einmal iona shield of emiria ist eine acht neun mana sieben sieben fliegend wenn sie das spielverkommt so für uns eine farbe aus gegner können keine karten mehr diese farbe casten das habe ich neulich gegen painter gespielt das war der absolut witzigste wahnsinn der welt er konnte aber nichts mehr casten durch seinen eigenen painter hammer mega ich habe es gefeiert man spielt manchmal auch hier zum beispiel ein mages of the moon drin in diesem slot wie gesagt hier sind so dolti world walker da ist ein mages of the moon oder ne l shealdred auch shealdred mega mächtig gerade für die midrange pläne und zwar da ich bin bei iona hängen geblieben dann spiele ich zwei way and tears via gravestite karten wie zum beispiel gravedigger's cage oder leyline sind also leyline of the void sind tatsächlich wirklich anstrengend auch wenn ich mit show and tell wirklich ganz gut dagegen arbeiten kann deswegen gar nicht so viel hate dagegen brauche nehme ich doch ganz gerne hate mit ja ist einfach eine gute karte ähnliches prinzip wie das one of serenity zwei mana enchantment zerstören wir zum abgib alle alfakten enchantments auch das super wichtig gerade in den match ups ist halt einfach so braucht man manchmal als artefakt und verzauberungs hate gravestite und hier ist auch ganz wichtig man kann auch den gegner sofort so viel zwar zu plaschen und so weiter mit surgical rausnehmen und deswegen mag die karte ein bisschen mehr show and tell und jonas als andere sachen und dann habe ich noch zwei snuff out das gute ausschnupfen heißt auf deutsch bestimmt oder umpusten aber eigentlich heißt es ausschnupfen wir zerstören eine kreatur non schwarz sie kann nicht regeneriert werden und wenn man sumpf hat kann man viel leben bezahlen hilft gegen alles außer dojty wardwalker also mein mainboard ist super schlecht gegen dojty ausseiten ich spiele show and tell's ich finde ich show and tell finde es mir der dojty wardwalker total egal und ja sie hilft halt gegen containment priest und talias und andere eklige dinger die wir nicht haben wollen dementsprechend auch hier ausschnupfen gute karte das ist das mainboard zum zum deck talk kann ich nicht so viel sagen weil ich bin wie gesagt sehr schlecht daran dieses deck zu spielen außerdem naja ich habe euch das was im sideboard so relevant ist alles schon erzählt und deswegen gibt es kein deck talk ich hoffe jetzt spaß wir sind beim nächsten mal bis dahin ablixet ciao ciao so so